Das privat geführte Kamen Hotel ist ein modernes Stadthotel, das sich durch seine exponierte Lage direkt auf dem berühmten Kurfürstendamm auszeichnet. Durch die hervorragende Verkehrsanbindung gelangen Sie zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten, zum Messegelände oder zum Flughafen in kürzester Zeit. Ihr Auto parken Sie bequem gegen Gebühr auf unserem Innenhof oder in unserer Tiefgarage. Unser Hotel bietet allen Komfort für Privat- und Geschäftsreisende in einer familiären Atmosphäre, in der Sie sich wohlfühlen werden. Die komfortablen Zimmer, wahlweise mit Blick auf den Kurfürstendamm, sind ausgestattet mit Klimaanlage, Badewanne oder Dusche, Schreibtisch und Safe. Starten Sie den Tag in unserem Frühstücksrestaurant in der sechsten Etage mit Panorama-Dachterrasse am abwechslungsreichen Frühstücksbuffet mit Blick über die City West. Unsere 24 Stunden besetzte Rezeption hilft Ihnen gern bei der Planung und Buchung Ihres Ausflugs und gibt Tipps für das Berliner Nachtleben. Wir freuen uns auf Sie! Hotel Come In, Kurfürstendamm, Opera